Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben den 21.09.2019. Ich melde mich heute vom Samba-Syndrom aus Berlin. Wir haben hier ein paar Impressionen eingefangen. Im Moment haben wir traumhaftestes Wetter. Gestern Abend konnten wir schon einig Bands zuhören. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben hier ein paar Impressionen. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und heute sehen wir Ergebnisse aus den Workshops. ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Wir finden Workshops statt, normalerweise leider ab Freitag 10 Uhr, deswegen konnten wir dieses Jahr nicht teilnehmen. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr funktioniert. Bis zum nächsten Mal. 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 Christoph Mianowski. Bis zum nächsten Mal. 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 Tja, tja. Tja, tja, tja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020